Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sins of Sword Empire. Wir haben uns gerade erst diesen Planeten hier gegönnt. Irgendwo ist das Kulonisch. Unsere Reinforcements haben erreicht. Ja, da kommt es direkt. Das Konstruktionwerk ist complete. Was ist denn hier Indertrag? Böser. Ja, haben wir auch noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht mal, wo der Herd kommt, würde ich mal sagen. Aber egal, unsere Fighter und Co. werden den schon platt machen, während wir uns diesen Planeten holen. Und für lange nicht, haben wir auch diesen Planeten hier oben noch. Das wäre mal ziemlich nice. Die Föderation, den wir uns besprechen, können wir den einfach übernehmen. Das wäre schon ziemlich cool, finde ich jetzt so. So, unsere Flotte ist ja hier. Hier haben wir noch unsere Flotte aus Dahil. Unsere Reinforcements haben erreicht. Das war jetzt so einfach. Ich kann nicht verliehen. So, super. Den wollen wir nicht. Ähm, den da haben. Okay, mehr haben wir nicht. Commerce Center, Doc Dean Center, Commerce Center. Nein, alles da. Wir haben unter Attacken. Wir müssen reagieren. So, hier haben wir ihn. Achso, und wie beim anderen auch. Äh, wir sichern den hier einfach mal ab. So. Das war jetzt unser Gold Standard. So, was macht eigentlich unsere Flotte? Ah, sie hat sich ganz gut erholt, denke ich mal. Das heißt, ich würde hier gerne gucken. Einen Baum. Ja. Red Norton nicht, aber... Capital Chips. Wir könnten uns noch eine Hydra bauen. Das war... Der Carrier. Die Chimera sieht ein bisschen doof aus. Mantis ist, glaube ich, der Standard-Battlecruiser. Ja, den nehmen wir. Äh... Sir? Konstruktionwerk ist komplett. Ach komm, wir bauen noch eine Kellern dazu. Sicher ist sicher. So. Dann können wir mit unserer Flotte hier, glaube ich, rüberballern. Auch mal so ein bisschen hier, vor allen Dingen diese großen Stationen, die da machen, die hier noch stehen. Wir haben sogar einen guten Daten, die hier stehen. Und... Das. So. Da ist die Dominion-Flotte. Es hat Zeit, dass wir hier mal so ein bisschen aufräumen, für mich sagen. Feuer, fahrrad. Unsere Trouppen haben eine neue Welt gehalten. Konstruktionwerk ist komplett. Vorrangig. Ich kann nicht aufräumen. Ich kann nicht aufräumen. Gott. Die Welt hier ist auch ready. Konstruktionwerk ist komplett. Okay, jetzt... Also mir gehört, zieht sich jetzt die Föderation zurück. Großartig. Ich weiß nicht. Prost. Bei den Vorbeifahren sind schon eine Menge Kastroppen. Das kann man von einem Spaß machen. Da sind einige ganz schön angegriffen, würde ich mal sagen. Da kommen die schweren Fäußer und dahinten kommt der langsame Ress, die Kameradenflasche. Ja, Gull Ducat ist irgendwie gekommen. Gull Ducat scheint gestorben zu sein, glücklicherweise. Da ist er noch. Noch ist er da. So, hier haben wir wieder Piratenanwürer. Unsere schöne Arbeit. Ich glaube es kann. Sorgen wir mal dafür, dass hier weitere Planetensysteme gesichert sind. Und vor allen Dingen gegen die Borgen geraten gegen einen Unkomplex. Krassene geile Idee. Das läuft bei euch sozusagen. Auf der anderen Seite, das Ding ist derart riesig, dass man hier quasi ziemlich dicht dran landfliegen kann, ohne dass was passiert. Alles cool ist. Ach, da sind auch noch Piraten hier. Noch mehr Piraten. Ach, das war das Ding, ne? Genau, hier darf man keine Station hinbauen. Ärgerlicherweise. Naja, wir machen das ja schon. Ich erkläre natürlich, warum da eigentlich eine Verteidigungsstellung drin war. Hier ist ja ein Prototype 6. Ist hier keine Sternenbasis? Wo sind meine Sternenbasen? Ach, hier ist die Sternenbasis. Okay. Hier ist die Sternenbasis. Aha. Okay. Und hier ist die Flotte, die nachgebaut wurde. Ah, ja. So, wir können ja auf Level 5. Da ist meine Trillon-Klasse. Die können wir auch auf Level 5. Könnten wir auf Level 5 leveln? Geht aber grad nicht. Oh. Oh. Den hätten wir. Mit dem bin ich gar nicht mal gut. Wir sind euch für die Kommission. Sir? Von daher würde ich sagen... Schicken wir mal die Flotte hier rüber. Dafür ist sie ja schließlich da. Construction work is complete. Wir sind euch für die Kommission. Wir sind euch für die Kommission. Wir müssen reagieren. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. So, ich glaube meine Flotte hier oben hat alles weggeräumt, was hier so wegzuräumen ist. Dann könnten wir hier mal ein bisschen was aufbauen. Dann wollen wir mal hier abdrehen. Das Ding ist jetzt safe. Könnten die Piraten hier platt machen? Oder so langsam nerven sie einfach nur. Und es gibt bestimmt noch andere Piraten Systeme hier. Kann ich mittlerweile eigentlich Piraten Aufträge rausgeben? Nein, kann ich nicht. Wieso können die keine Piraten Aufträge rausgeben? Das ist schon ganz nice, wenn wir Aufträge an Piraten rausgeben können. So. Wir sind euch für die Kommission. Geht schon wieder weg. GobYou breiten? Geht schon runter. Ja, doch noch was los. Geht schon runter. Geht schon wieder weg. Geht schon wieder weg. Ich muss noch ein paar Run-Gate. Geht schon wieder weg. Was ist das? So, hier wird die Klappe mal reinkommen. Unsere Station ist bereit. Platt ist platt. So, was haben wir hier? Piraten eingenommen? Wir haben ein paar Piratenschiffe übernommen. Schön. Können wir nach unten stellen. Wir können hier durchaus gerne Positionen oder die Stellung verteidigen. So. Schön, schön, schön. Wo sind jetzt welche? Da unten? Sind welche durchgekommen? Quasi, ja. Das... Naja. Nicht ernsthaft. Ah, das Ding ist gar nicht verteidigt. Uhuhuhu. Na gut, na gut. Nein, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, die haben auch nicht viel Verteidigung, was wir bauen können. Ein bisschen... Achso, ja, wegen dem... Titan Dock hier. Da können wir nicht viel unterbringen. Naja. So, hier ist unsere Flotte. Flottenverschärkung. So, Keldon-Klasse. Wo ist er? Da ist er. Dann auch nochmal einen. Oh. So. So, und dann können wir unsere... Lotter... Hier unten rein. Achja, Bockschiff. Wir haben ja hier noch einen Bock. Sehr gut. Na gut. Dann... Bringen wir da nur noch kurz die Bock. All Station's ready. Moving. Construction work is complete. Changing heading. So, hier haben wir auf die Aufbrick. Was können wir denn jetzt? Rebounders present. So, nach. Da war. Pull around land. Auf den Schaden. Geil. So, Todd Gore. Amplification. Wave. Hm. Inversion shockwave. Na gut. Ich denke, alles gut. Ich denke, alles gut. So, Todd Gore. Wird. Den Teil hätten wir dann auch. Muss wir ja noch ein bisschen was auseinander nehmen. Und dann... Machen wir den Planeten noch weg. Dann haben wir zumindest den Teil hier. Hier sind überall Piraten. Vielleicht sollte ich den Piratendings hier tatsächlich noch platt machen. Nervt schon, so ein bisschen hier ständig Piraten zu haben. Naja. So. Äh, ich hatte... Hatte ich jetzt... Ja. Ich habe gut beziehungsweise ein Kling. Das ist doch mal ein Wort hier. Aber wir wollen noch mehr. Wir haben bisher... Ich möchte mit allen gute Beziehungen haben. Wir haben... Wir haben... Zwei Endpoints. So. Jetzt bin ich aufgepasst hier. Auch zwei Endpoints. Die sind durchgekommen. Deswegen... So. Einen nach hier. Und von den Zweien hier... Von den Zweien hier kann einer... Ja. Hier. Zack. Jetzt haben wir die ersten fünf durch. Das heißt, wir können danach... Mit der Föderation verhandeln. Wenn wir jetzt nochmal fünf bauen. Und nochmal fünf mit den Romulanern. Ich glaube, fünf war dann die magische Zahl. Das machen wir einfach mal. Fünf und fünf. Kreuzern. Dann können wir hier mal eine Flotte rüberschicken. Hier, keine Ahnung, irgendwo durch das Wurmloch. Dann können wir das andere Wurmloch rein. Einmal durch das Wurmloch und dann... Dann können wir da... Gute Beziehungen zu unseren freundlichen Nachbarn aufnehmen. Okay. So. Hier sind wir überall durch. Jetzt haben wir auch die letzte Sternenbasis noch irgendwie... Entwickelt. Hier haben wir alles durch. Come on. Foreign Relations entwickeln wir einfach noch den da und den da. Standing by. Military Tech sind wir bereits auf Maximum. Damit auch auf maximalem Aktiv. Die beiden hier noch entwickeln, damit wir da auch durch sind. Our Reinforcement have arrived. Schön. So. Jetzt ist die nächste Frage. Klingons. Akte. Klingonen. Haus von Korath. Managed. Ach, die haben keine guten Beziehungen mit mir. Kann es auch einfach sein lassen, ja. Habt da recht. Warum sagt mir das keiner? Komm, wir lassen es bleiben. Wir haben zwei hervorragende Beziehungen mit den Klingonen. Allerdings haben die Klingonen keine hervorragenden Beziehungen mit mir. Standing by. Das ist natürlich ungefähr. So, wir schicken mal einen da runter. Increasing engine output. Und... Auf irgendwo ein kleines Volk, das zufällig herrenlos ist. Ich glaube nicht, ne? Würde mich jetzt auch wundern. So, und danach können wir mal hier Geld in Angriff nehmen. Gelb hat nur noch diese paar Sachen hier. Kann ich ein Wunder, dass Geld noch existiert. Aber das ist jetzt bitte. Aber das ist jetzt bitte. Aber das ist jetzt bitte. Eine Produktion. Die Kildon-Klasse ist wirklich... ...ein richtig gutes Schiff. Ich bin wirklich... ... wirklich überrascht, muss ich sagen. Hätte ich so nicht gedacht. Wie derart... ... effizient ist auch. Was ist dein Wunsch? Hat schon echt ganz coole Fähigkeiten auch vom Spiel-System her. Unsere Reinforcements sind nicht allein. Die töten hier so ein bisschen. Doch, sind die langsam. Was ist denn jetzt passiert hier? Die sind auch schon mal schneller geflogen. Adjust in course. Nein. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Da gibt's ein paar... ...n paar Schäden. Na gut. So. Ja. Die beiden haben das schon mal ganz gut gemacht. Oder diese Wechselstaffel. Die sollen sich dann auch hier... ...der Unimatrix annehmen. Das wäre jetzt so... ...was träumtchen. Angegen der Attack. Nein. Idris Survive. Renton Cooldown. Das ist das. Chance to hit. I Restored. Children Restored. Anti-Matter Restored. Wow. Nice. Das sind die Dinger hier. Hardware Upgrades. Richtig bellen. Habe ich das mal vorher geahnt. So. So. Ich würde sagen... Hier Levels von Jem Hadass. Nein. Hier liegt es gar. Das gucken wir uns mal an, was die Stationen dann auf höhere Level schaffen. Squadron reporting, Captain. Moving the intercept. The hostile fleet has arrived. Moving the intercept. Moving the intercept. Moving the intercept. No. Moving the intercept. Our fleet has arrived. Nein. Jetzt gehts los ja. Schöne... Bohme Wir müssen nochmal die Batschen machen. Na. 6000 Schaden. Huh. Cool on man. Bwoom. 6000 Schaden sind richtig ordentlich. Boah, das sind auch die, das sind der Besserworn, genau die kardassianischen Event-Ferber, da sind die Arten, die nicht mehr Bescheidungen sind, also die Prüfer, die Erkrankungen sind, die Weapon-Range, Damage-Auf und Schatz-Gewirr, Damage-Redaktion, Ivers-Fore-Raid, Schild-Fore-Raid, Dandermagic-Es-Fore-Raid. Und das ist, wenn man das hier angreift, wird nur nicht mehr isst hier. Okay, halten wir fest, die feindliche Flotte war jetzt so gar kein Problem an dieser Stelle. Was macht ihr hier eigentlich? Warum seid ihr so? Hä? Hier reingeflogen, hier durchgeflogen? Keine Ahnung, irgendwie seid ihr langsam. Okay, im Moment haben sie in der Zwischenzeit hier drei von diesen Extraktoren eingenommen. Wenn ich jetzt wieder nicht weiß, wer das eigentlich ist, der das kann. Unsere Reinforcements hatten einen Rhyme. Aber wir haben auch einen Heavy-Fall irgendwie. Ähm, aber ich bin nicht mehr stark. Borg legen ja keinen Nien. Ist okay, Borg legen keinen Nien. Wie kann ich den Feindlerinnen servieren? Wir sind bereit. Was ist dein Wunsch? Unsere Reinforcements haben gekommen. Was ist dein Wunsch? Unsere Reinforcements haben gekommen. Was ist dein Wunsch? Was ist dein Wunsch? Unsere Reinforcements haben gekommen. Wir müssen reagieren. Wie kann ich den Feindlerinnen servieren? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Wunsch? Keine Ahnung, warum das passiert. Keine Ahnung, warum das passiert. Unsere Reinforcements haben gekommen. Ach so. Sir. Wir wissen, was ist dein Wunsch? Das hier wird unsere neue Flotte. In die neue Flotte. Das hier wird unsere neue Flotte. Wir sind ja von vornherein dabei. Der Greneten Harendra. Wer ist der denn? Der Greneten eingenommen? Ach, den hier. Das war der. Die Schildwaffe ist ergerissen. Die Schildwaffe ist ergerissen. Die Schildwaffe ist ergerissen. Eine hostile Flotte wurde ergerissen, brauchen wir jetzt. Aber wir haben einen neuen, ne ok, und schon rücken die Borg an. Bisher war das so halbwegs neutraler Boden. Wer kann es ihnen dafür denken, dass sie dann nochmal genauer nachgucken wollen. So, das Ding hier ist sowieso, die sind zerstört worden. Das müsste man eigentlich mal wegräumen. Doch, genau. Wir haben jetzt auch ihr Crawl in Gemadar Support. 210 Supply Costs. Dann kriegen wir einen Gemadar Flotter. Cool. Eigentlich eine richtig geile Fähigkeit, muss ich so sagen. So, unsere Flotter. So. Unsere Flotte kann hier rüber. So. Die Dahreklassen sind quasi schon fast da. We must not allow this to transpire. Blast them. Ja. So. So. Genau. Die konnten Siege Mode, Engage Siege Mode, weppen out. Na gut. Die haben... und den größeren. So. 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 Nehmen wir die kurz aufeinander. We are yours to command. We are yours to command. We are yours to command. Is to command. We are yours to command. We are yours to command. Die ich weggeht. Ich denke es vielleicht hier fällt vielleicht nicht ein bisschen. Das ist die erste Fichte der Winde ist, oder? Was ist die Reince? Is die Reince? Oh nein! Wir sind vorbereitet. Feuer frei. Ich werde alle Kandashian-Vessels beherrschen während dieser Mission. Er ist weg. Die Feindler sind in allen Dingen sehr wunderschön. Sie sind für uns kein Match. Wir müssen das nicht komplex machen. Spanien ist kaputt. Ich bin komplett weg. Alles weg. Klasse Sache. Hier hinten war irgendwo mein Kolonieschiff. Ah, hier kommt Gale. Mit einem Scout-Few. Mit einem Scout-Few. Das ist kein Problem. Das ist ein Chemie, das Problem ist. So, Sensorscrambler. Das bringt doch gut. Und mehr Verantwortung auf alles, was im Umfeld zu sehen ist. Was bist du? Du bist ein Mantis-Klasse. Water in the Fury. Klar. Und Krabi-Polaurant-Torpego. Wir machen da. Wer bist du hier? Müller-Klasse. Einer unserer Carrier. Propulsion Disruptor. Welche Weapons Disablingnis. Wie wir aus den letzten Testspiels sind sind wir. Richtig schkunst die Geschichte. Dark energy. Okay. Wunderfaces. Was ist eigentlich vomutage-Armone? Wunder, was ist hier? Wunder, was ist hier? Wunder. Wunder. Wunder mehr Schockwaves. Und Wunder. Von Wunder. Wir machen jetzt noch mal den Pratt-Pock. Wo kann ich jetzt mal die beiden da wegfahren? Gut. Dann haben wir wieder eine Welt von den Borg befreit. Jetzt müssen wir als nächstes... Oh ja, Gelb rückt hier ein. Boah, mit taktischen Kuhn. Seht euch das an. So Kudos. Taktischer Kubus. Taktische Sphäre. Die Borg-Königin persönlich. Dagegen steht ja nur der Piraten der Fiberation. Er ist schon ziemlich eingetragen hier. Aber wenn ich mir die Trümmer angehe, war das doch eine Flotte in der Region. Und der Piraten ist einfach nur noch durch. Ähm, an und für sich müssen wir da zu Hilfe ein. An und für sich. Boah, was ist das denn hier für eine Piratenflotte? Kein Überscholli. Wo wollen die denn hin? Oh, die lang zu mir. Lass mich sehen. Ach hier, sieh eine an. Endlich hat mal wieder jemand ordentlich zugeschlagen auf dem Markt. Das ist doch schlimm. So, leider habe ich tatsächlich keinerlei Möglichkeit, den Artenfraktionen zu bezahlen. Was ziemlich doof ist. Muss ich bestehen. Ich hätte schon ganz gerne. Gut. Gut. Forschern können wir nicht mehr. Das heißt, jetzt heißt unsere Direktive. Woah. Standing by. Wie per. Oh, war. Darüber. Changing heading. Warum kannst du nicht? Moving. Wenn noch keiner von mir weiß, wo es hier einfliegen geht. Ah, okay. Das ist die Antwort. Bin drin. Die Fonderen sind die meisten wunderschön. Und kacheln da mal rüber. Die Flotte hat erhoben. Die Flotte hat erhoben. Wir wollen ja nicht, dass da irgendwas passiert. Alle Hande bereit. Ein anderer Planeten für die Union. Geh uns an. Die Flotte hat erhoben. Say goodbye to Romulus. Unsere Flotte hat erhoben. Wo ist Romulus? Oh. Hier unten sind auch ein paar Walken gebaut. Das war irgendwie müde. Also nicht, womit ich mir jetzt hier an dieser Stelle Sorgen machen würde. Das ist hier. Die Station ist voll ausgebaut. Das hier ist unsere Heimatstation. Wir haben es gerade. Wir bauen jetzt mal unsere Heimatstation raus. So. Einfach weil es geht. Wo ist Romulus? Ist das da? Wollen wir los? Ha! Der Scattered Moon. Die haben jetzt Glück fallen. Planet Caleb. Er sind es die Inquiper. All right. Die haben uns gefallen. Die haben uns collector schon zurück. Ich kann dich auch nicht gelassen. Ich kann mich nicht gelassen. Wir können diese nicht gelassen. Und an der Kaufmann sind ein geekk zu確 К счастьuer. Unsere Anführungen sind gekommen. Unsere Wissenschaftler haben eine neue Technologie entwickelt. Unsere Kolonie ist unter Siege. Unsere Anführungen sind gekommen. Das sind die Worte, dass sie irgendwie total langsam sind. Und jetzt können wir nicht so sein. Da müssen wir echt mal reinbrettern da. Weil wir wollen ja sowieso, dass Gelb hier verschwindet. Das heißt, den hier müssen wir auch platt machen. Aber das ist eine Frage für das nächste Mal. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommentar da, was ihr noch gerne sehen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Panemetzel Senses.